Im Hockenheimring, die Sie nach wie vor auf den Tribünen sind und schönen guten Tag auch für all diejenigen, die zu Hause uns im Livestream zuschauen. Auf dem Hockenheimring das vorletzte Rennen des diesjährigen DTM Classic Cups und Sie sehen bereits das Schild, die Startaufstellung, die ist natürlich längst vollzogen. Die Helfer haben den Startplatz verlassen und in der Bildmitte, da steht ein ganz besonderes Führungsfahrzeug. Und was das für ein besonderes Führungsfahrzeug ist, das weiß ein Mann, der mit mir hier in der Combox sitzt, der eigentlich jetzt dort unten in der Startaufstellung als Tabellenzweiter stehen müsste, der eigentlich um die Meisterschaft kämpfen wollte jetzt an diesem Nachmittag. Aber Marc Hessel, schönen guten Tag, du sitzt hier oben bei mir. Was machst du hier oben? Hast dich im Weg vertan? Ja, auch von mir wunderschönen guten Nachmittag. Ja, leider bin ich hier oben, muss ich sagen. Wir haben leider vorhin im Qualifying ein komisches Geräuschermotor gehabt. Ich habe dann sofort abgestellt und wir haben einen Verdacht auf den Pleulagerschaden, sodass keine Startmöglichkeit gegeben war heute. Ja, und dann haben wir gesagt, eine kleine Beschäftigung solltest du dann ja doch an diesem Nachmittag haben und hier oben als ehemaliger DTM-Pilot unsere Combox als Experte bereichern. Ist das für dich eine neue Erfahrung, hier im Studio zu sein? Ja, das ist wirklich eine Premiere, das erste Mal. Also insofern schon eine coole Erfahrung. Allerdings hätte ich es mir gerne anders gewünscht dafür, als gerade heute, wo ich gerne im Feld um die Meisterschaft natürlich dabei gewesen wäre. Ja, und die Einführungsrunde, Marc, die läuft bereits. Wir wollen im Laufe des Rennens immer wieder mal über alte Zeiten reden, natürlich über dein DTM-Jahr 1987, das so prägend war in deiner Rennfahrerhistorie. Wir wollen aber auch natürlich auf das sportliche Geschehen heute schauen und vor allen Dingen uns von dir den einen oder anderen Hintergrund erklären lassen, warum, was passiert gerade auf der Strecke. Zum Beispiel in der ersten Startreihe bei den beiden Klasse-1-Boliden, die sich diese erste Reihe teilen. Zum einen ein neuer Mann, der eigentlich nur ein Gasspiel geben wollte mit Startnummer 16, Rudolf Rudi Schöllhorn aus Bad Wurzach im Allgäu mit seinem Mercedes-Benz DTM C-Klasse. Das ist ein originales Einsatzauto von Bernd Schneider aus dem DTM-Jahrgang 2008. Er der Trainingsschnellste mit über zwei Sekunden Vorsprung auf Stefan Mücke im Opel Calibra V6 4x4 ITC. Das 1995 von Keiko Rosberg in der DTM, auch hier auf dem Hockenheimring, gefahrene Klasse-1-Originalauto. In der zweiten Reihe lauert Ronny Scheer, das ist der Teamkollege von Stefan Mücke im Ford Sierra RS 500. Und dann auf dem vierten Startplatz Bruno Spengler, der DTM-Champion des Jahrgangs 2012 im BMW 320i, STW oder auch Super Tourenwagen. An diesem Wochenende eingesetzt von der BMW Classic Group und das Ganze technisch umgesetzt vom Schnitzer Classic Team, die Mannschaft von Steffen und Jannik Trautwein. Dann folgt in der dritten Reihe Chris Nissen, der Däne mit Schweizer Wohnsitz im BMW M3 E30 und Gerhard Füller im Opel Vectra Super Tourer oder STW. Das 1999 von Uwe Alzen pilotierte Werks-Originalauto mit der Chassinummer 015. Ganz vorne aber Harald Groß, die Essener Rennfahrerlegende, 78-jährig im BMW 3,5 CSL. Ein Auto mit teilweise alternativen Treibstoff, der jetzt hineingefahren kommt in die Boxenreihe. Und damit ist der Start zwar noch nicht freigegeben, aber der Blick nach vorne zumindest frei. Die Ampel jetzt gleich auf rot geschaltet. Da ist das grüne Licht. Start erfolgt auf dem Hockenheimring. Die vorletzte Punktrunde zum DTM Classic, DTM Cup mit Rudi Schöllhorn, der in Führung geht im Mercedes. Einer lässt sich ganz weit raustragen. Das ist Bruno Spengler im STW BMW. Und einer steht ganz draußen auf der Ausweichfläche. Ausgangs der ersten rechts nach Start und Ziel. Der fährt auch gleich raus. Marc, haben wir gesehen, um den sich da gehandelt hat. Ich glaube, das ist unser Kollege Ruch gewesen. Der Kollege René Ruch aus der Schweiz. Also wollen wir uns mal schauen, ob wir es verifizieren können. Einer, der auch ganz weit draußen war, das ist Bruno Spengler. Machen die das mit den STW-Autos absichtlich, dass man ganz früh die Lenkung aufmacht, um weniger Reibung zu haben? Nein, ich glaube eher, dass der Bruno sich da aus allem raushalten wollte, weil es ja doch auch recht wertvolle Originalautos sind. Einer geht fliegen, das ist Gerhard Füller. Auch das ein STW-Auto, Opel Vectra. Ich meine, dass das ein äußerst optimistischer Bremspunkt war. Ja, der Gerhard Füller hat immer wieder eine sehr erfrischende Fahrweise in dem ganzen Feld. Eine erfrischende Fahrweise. Da spricht aber auch der geborene Diplomat, ne? Naja, gut. Ich meine, das hat ja jeder gerade im Bild gesehen, nicht wahr? Das hat wirklich jeder gesehen und vielleicht bekommen wir das auch nochmal im Zeitlupen-Einspieler. Während es vorne an der Spitze lustig zugeht zwischen Chris Nissen und Bruno Spengler. Beide sind Teamkollegen im Schnitzer-Klassik-Team, da sehen Sie diese beiden auch. Und hinter Ihnen folgt Moritz Horn, dein Teamkollege, Marc, im 2.0-Team aus Düsseldorf. Moritz Horn allerdings mit dem Hubraum schwächsten Auto da vorne an der Spitze, der fährt einen 2,3-Liter-Motor. Warum kann der trotzdem hier in Hockenheim auf einer ausgewiesenen Powerstrecke so gut mitfahren? Ja gut, Moritz fährt ein wirklich top vorbereitetes Auto vom Team 2.0. Mittlerweile auch mit einem Schieber-Motor, also letzte Evolutionsstufe des 2,3-Liters. Moritz ist sehr, sehr gut unterwegs. Er ist ein erfolgreicher Kartpilot gewesen und hält da sehr, sehr gut mit. Und davor, ich sage mal, der Zweikampf bei den beiden Schnitzer-Klassik-Autos. Es ist natürlich toll, dass BMW Classic sich hier mit involviert und uns solche Bilder auch wirklich liefert mit zwei Top-Piloten. Absolut. Und hier sehen wir nochmal die Startsituation. Marc, wie hast du den Start erlebt? Ja, eigentlich ein bisschen auseinandergezogen. Aber das ist natürlich immer die Problematik, wenn man jetzt die Fahrzeuge der verschiedenen Baujahre dort so extrem hat, wie wir heute mit dem 2008er C-Klasse Mercedes vorneweg bis hin zu einem 1988er Auto vom Moritz Horn. Da liegt natürlich viel Entwicklungszeit dazwischen. Und deswegen zieht sich das jetzt am Anfang erstmal ein bisschen auseinander. Aber ich glaube, dass wir da noch gleich den einen oder anderen sportlichen Zweikampf auch reinkriegen werden. Den sportlichen Zweikampf haben wir auf jeden Fall gesehen zwischen Markus Reich, der Österreicher, im Audi A4 STW. Während wir hier nochmal diese Situation mit Gerhard Füller und dem optimistischen Bremspunkt sehen. Da bricht er ja richtig aus und fährt in den Notausgang, ne? Ja gut, der hat halt vorne blockiert und dadurch ein bisschen zur Seite versetzt. Der musste dann aufmachen, um niemanden anders zu gefährden. Aber dort an der Stelle, das sieht spektakulärer aus, als es ist. Da ist einfach auch sehr viel Platz. Da ist sehr viel Platz und Markus Reich, über den wollten wir eigentlich gerade uns mal kurz unterhalten. Den sehen wir jetzt aber im Zweikampf mit seinem Markenkollegen Thomas Wandel im Audi 200 Quattro Turbo. Und gleich dahinter noch ein Audi, nämlich Toni Werner. Audi Dreikampf. Genau, genau. Also auch das sehr spannend. Und was wir Ihnen in der Startphase noch nicht so richtig verifizieren konnten, das betraf René Ruch. Da hat es eine kleine Berührung gegeben zwischen Markus Reich und dem Schweizer im BMW M3. Der ist gleich in den Notausgang gefahren, das Auto ist auch raus. Ja, und Anton Werner im bärenstarken Audi 200 Quattro Turbo. Ja, flügt sich hier durchs Feld. Wir haben ja vorhin gesehen, ist aus der Box hinterher gestartet und legt dort eine super Aufholjagd hin. Eine super Aufholjagd für den Landshuter Audi-Sammler mit dem 5-Zylinder-Turbomotor. Eingangs Motodrom in der Anfahrt zur Sachskurve. Da hat es mal gestaubt. Das sehen wir nicht auf dem Monitor, das sehen wir aber beim Blick aus dem Fenster. Also da ist mal reichlich Staub aufgewirbelt worden. Scheint aber niemanden großartig am weiteren Vorwärtskommen gehindert zu haben. Möglicherweise war das Michael Schneider im Ford Sierra RS Corsforce. Das Auto, das sein erstes richtiges vollständiges Rennen erlebt an diesem Wochenende im Team von Kai Ringshausen. Und da sehen wir das nochmal, da hat er sich aber schwungvoll gedreht und hat auch nochmal mächtig Dreck hochgewirbelt. Ei, ei, ei. Kommt in Fahrtrichtung wieder zurück auf den Asphaltmarkt, aber das hätte auch in einem Überschlag enden können. Ja, das vielleicht nicht direkt, weil die Autos rutschen dann doch zur Seite weg. Aber es war schon einmal kompletter Panoramablick. Ein kompletter Panoramablick, so nennt man das bei Rennfahrern. Ja, kommt eher so aus dem Bereich des Fahrradtrainings. Aus dem Bereich des Fahrradtrainings, da bist du ja seit vielen, vielen Jahren zu Gange und gibst dein Wissen aus deinen DTM-Jahren weiter. Wie lange machst du das jetzt schon? Das mache ich schon sehr lange, schon seit 1991 bin ich damals durch den Mark Surer da hingekommen. Also das schon eine ganze Zeit. Aber ich muss mal sagen, also von hier oben den Überblick zu behalten, Kompliment Carsten, ist gar nicht so einfach. Die Cockpit-Perspektive ist mir da doch wesentlich vertrauter. Ich werde es dem Sebastian Küppers weitersagen. Also vielleicht gibt es ja morgen doch nochmal eine Startchance für euch. Habt ihr das im Team besprochen? Wir arbeiten dran, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Also das heißt, der Lagerschaden, dieser Kurbelwellen-Hauptlagerschaden, dann doch ein bisschen zu riskant wahrscheinlich. Also man schaut zurzeit noch, aber wenn, dann wirklich auch nur ohne Risiko, das Fahrzeug fahren zu lassen. Weil gerade hier auf den langen Graden mit viel Drehzahl, wenn da was kaputt geht, dann geht der Motor ganz kaputt. Und das ist natürlich nicht so, dass wir so Ressourcen haben wie früher die Werksteams, sondern da sind wir dann doch ein bisschen begrenzt. Und das ist ja auch alles eine relativ teure Angelegenheit. Also in deiner aktiven Zeit, 1987, als du als BMW-Junior gemeinsam mit Erik van der Poel zu Zackspeed kamst, wie viele Reservemotoren hattet ihr denn da? Also ich kann mich an einige Wochenenden erinnern, wo wir pro Fahrer drei Motoren auch gebraucht haben. Pro Fahrer zwei Motoren, das wird sich auch der Stefan Mücke in dieser Situation wünschen. Da schlagen die Funken unter dem Vorderwagen hervor. Das liegt daran, dass sich der Frontsplitter gelöst hat. Der schleift jetzt auf dem Asphalt, das sehen Sie hier in dieser Einstellung nochmal. Ja, da löst sich die Frontverkleidung in ihrer Einzelteile auf. Sehr wahrscheinlich mal ganz kurz über den Körb geräubert und dann knackt's. Das sind hier die Körbs, auch diese orangen Sausage-Körbs, die hier liegen, die sind relativ hoch. Und da beschädigt man sich so einen Frontsplitter natürlich. Sieht sehr spektakulär aus, hindert Stefan Mücke aber im Augenblick nicht an der Weiterfahrt. Sein Rückstand auf den gesamtführenden Rudi Schöllhorn im Mercedes-Benz 8,5 Sekunden. Und die Mücke Motorsportmannschaft versucht ja Kilometer auf dieses Auto zu bekommen, das in diesem Jahr so schwer in den Griff zu bekommen war. Und man sieht richtig die Entschlossenheit, mit der Stefan Mücke trotz dieser zweigeteilten Frontpartie an den Tag legt, auf den Randsteinen. Da wird's mal ganz eng im Rennen, im Rennen. Klasse 5 ist das. Da geht auch dein Titel, Konkurrent Olaf Mantei, an den Start. Autos der ersten Stunde der Deutschen Produktionswagenmeisterschaft. Und hier sehen wir so ein Trio, drei BMW 325i Gruppe A, die sich da durchaus nichts schenken. Nein, nein, die sind da gut unterwegs. In der Mitte der Thorsten Horn, der da richtig beherzt unterwegs ist. Also der hat sich auch in diesem Jahr auf dem Auto unheimlich gesteigert. Und es ist ja eine Klasse gewesen, die erstmalig ausgeschrieben worden ist. Bisher mussten die ja bis 1988 inklusive fahren, sind jetzt in einer Klasse unter sich. Und es hätte niemand gedacht, dass das die starterstärkste Klasse werden würde, in der eben halt auch Olaf seine Punkte gesammelt hat. Aber ich sag mal, mit Olaf haben wir auf jeden Fall einen würdigen Meister, der das Ganze am Schluss gewinnen wird. Jetzt hast du es schon so ein bisschen vorweggenommen. Dadurch, dass du jetzt hier oben bist und nicht am Lenkrad drehen kannst, ist das mit der Meisterschaft jetzt entschieden? Ja, das ist damit natürlich durch. Wir haben zwar zwei Streichergebnisse, aber auch da bereinigt, wäre ein Unterschied von drei Punkten gewesen, die mir gefehlt haben. Und dadurch, dass ich jetzt nicht am Start stehen konnte, hat sich das leider erledigt. Olaf Mantei, dein ehemaliger Bonner Nachbar. Ihr habt sogar in derselben Straße gewohnt, Pützjenschaussee heißt die geheißen. Der liegt im Moment an zwölfter Gesamtposition im BMW 635 CSI. Hier aber ein Dreikampf, der eigentlich aber auch so ein Überholmanöver ist wie auf der Autobahn. Thomas Wandel in diesem PS-gewaltigen Audi 200 Quadro Turbo, der fährt da an Nico Wittmann vorbei und an Markus Reich, zumindest in den gerade Auspassagen, als wäre es wirklich die Überholspur auf der Autobahn. Beim Rausbeschleunigen, da hat er dann aber schon so seine liebe Not. Ja, nun gut, ich meine, man muss sehen, wir haben hier natürlich die Schwierigkeit, dass unterschiedliche Klassen und Charaktere zusammengefasst sind. Nicht immer nur im Sinne der alten TTM, weil da hat man ja eine sogenannte klassenlose Gesellschaft gehabt. Hier gibt es auch einige Turbos, eben halt als schwarzer Audi, ist ja auch ein Turbo, die auch ohne Restriktor unterwegs sind. Für die ist eine eigene Klasse geschaffen worden, damit die fair fahren können. Aber das sieht natürlich im Vergleich gegen einen Sauger BMW 2,5 Liter oder 2,3er, wie er dort unterwegs ist, da sieht der BMW natürlich alt aus. Da haben wir keine Chance. Aber zumindest in den Kurven sieht der Nico Wittmann aus, führt im Frankenland gar nicht so alt aus. Es ist übrigens der Bruder von Marco Wittmann, dem DTM-Doppelmeister, den wir vor zwei Stunden ja noch im aktuellen Schaeffler BMW M4 gesehen haben. Also in den Kurvenpassagen, da kann er sich jetzt auch absetzen vor diesem fast doppelt so starken Audi. Also 600 PS im Audi, 300 PS im BMW. Ja, nur das Bittere ist, wenn man dann in so einem BMW sitzt, auf den nächsten Geraden ist die ganze Herrlichkeit dann wieder zu Ende und dann kommt dann so ein Audi oder auch ein Ford Cosmos einfach vorbei und macht da drei Sekunden Zeitdifferenz in dem Sektor gut. Und da hat man nichts, was dagegen gewachsen ist. Da kann man sich nicht gegen wehren. Ja, und wie viel Ladedruck da im Spiel ist, das hört man immer dann, wenn Thomas Wandel hier auf die Start- und Zielgerade fährt und mal einen Gangwechsel vornimmt, dann zwitschert es immer. Da hat schon große technische Diskussionen gegeben, was da zwitschert. Ich sage immer, es ist das Waste-Gate, was zwitschert denn da wirklich, Marc? Ja, der Turbolader hat ja eine eigene Trägheit und er läuft mit einer großen Drehzahl, irgendwo 20.000, 30.000 Umdrehungen. Und der hört ja beim Schaltvorgang nicht aufzulaufen. Also er baut auch weiter Druck auf. Und der Druck, dieser Überdruck, der muss dann abgelassen werden. Das ist die Zwitschern von einem Abblasventil. Ein Abblasventil, das zum Einsatz kommt. Das dürfte auch Marco oder hat es einen Dreher bei Ronny Schär gegeben. Das ist der zwischenzeitlich drittplatzierte Ford Sierra RS 500. Ein solches Auto bist du ja 2017 auch mal gefahren bei den Tourenwagen Classics. Weiterer Dreher. Aber Albrecht Kamenzin betrifft das im BMW 325i. Wenn es jetzt so viele Dreher zur selben Zeit gibt, ist da irgendwie Öl auf der Strecke, Marc? Ja, das kann natürlich sein. Wobei wir haben ja auch vorhin ein sehr wildes DTM-Rennen gesehen. Auch speziell an der Stelle, wo einiges passiert ist. Und da ist von vorhin, glaube ich, auch noch einiger Schmutz auf der Fahrbahn. Öl, Sand, Bindemittel und auch Dreck. Da kann der Ronny Schär froh sein, dass mit Bruno Spengler ein so erfahrener Pilot hinterhergekommen ist, der natürlich da geistesgegenwärtig auch eine Kollision vermieden hat, eben sehr gut aus dem Weg gefahren ist. Auch Anton Werner und Chris Nissen, die auf den Plätzen folgten. Seinen dritten Rang ist er natürlich los. Der Dresdner jetzt nur noch in Anführungsstrichen der siebte Rang. Da wurde es aber noch mal ganz eng zwischen Ronny Schär beim Wiederlosbeschleunigen und Gerhard Füller. Da hat jetzt auch nicht so furchtbar viel gefehlt. Und Albrecht Kamenzin, auch der hat seine Fahrt fortsetzen können im BMW 325i. jetzt an gesamt 17. Position. Und an die Box gefahren sein müsste Michael Schneider im Ringshausen Ford Sierra RS Cosmos. Das Auto wird uns als Boxenstopp gemeldet. An die Box kommt auch Thomas Wandel im gerade wirklich detailliert angesprochenen Audi 200 Quadro Turbo. Also ein früher Boxengast auch er. Dieses Auto soll morgen eigentlich von Olaf Mantei übernommen werden. Der hat ein ähnliches Fahrzeug 1990 in der STT gesteuert, in der Spezial-Tourenwagen-Trophy im Nadelstreifendesign. Auch dieses Auto wird im kommenden Jahr im Übrigen wieder hier im DTM Classic Cup ins Geschehen eingreifen. Aber Thomas Wandel im Augenblick jetzt zunächst mal an die Box gefahren. Und somit haben wir wieder die Gelegenheit, diesen Kampf der BMW 325i uns anzuschauen, zu genießen. Das hier ist Matthäus Rass, der Österreicher, der im Normalfall mit einem BMW 2002 im DTM Classic DRM Cup unterwegs ist. Also die etwas älteren Semester vor zwei Wochen noch auf dem Red Bull Ring. Das große Saisonfinale für dieses Starterfeld mit Peter Mücke, der dort zu Meister-Ehren gekommen ist im Ford Sack Speed Capri. Jetzt also Matthäus Rass umgestiegen in den 245 PS starken oder schwachen, je nachdem, wie man es sehen will, BMW 325i. Jetzt aber wieder Stefan Mücke im Bild mit seinem zweitplatzierten Opel Calibra V6 4x4 ITC. Da ist zwar immer noch die Unterschale der Frontverkleidung lose und flattert er hübsch im Wind und weiterhin schmeißt sie Funken. Aber weiterhin setzt er seine Fahrt fort. 13,5 Sekunden sein Rückstand auf den gesamtführenden Rudolf Schöllhorn im Mercedes-Benz. Und hier eine wirklich sagenhafte Zeitlupeneinspielung mit ganz großer Brennweite. Da sieht man nochmal, wie sich diese Frontverkleidung inzwischen so in drei Teile auflöst. Ja, aber man kann nur staunen. Das sieht man auch im Detail, was das Material aushält. Das ist natürlich schon sensationell. Ja, und sensationell finde ich persönlich auch diese Fernsehbilder, die uns hier immer wieder beboten werden. Nicht nur von der aktuellen DTM, sondern auch vom DTM Classic Cup. 120 Menschen hier im Einsatz, um so eine Live-Übertragung technisch zu realisieren. Und ich glaube, Marc, das ist im historischen Tourenwagenrennsport europaweit Benchmark. Ja, absolut. Ich bin ja mit dabei gewesen, wie das Ganze anfing mit Karl Senne und Live-Übertragung. Und was sich seitdem bewegt hat in der Bildqualität und in der Möglichkeit, das ist natürlich sensationell. Das war 1987 beim 24-Stunden-Rennen. Da hast du dir mit Karl Senne, dem leider kürzlich verstorbenen Fernsehjournalisten, einen Werks BMW M3 E30 geteilt. 24 Stunden Nordschleife, 87 strömender Regen. Wie war denn das damals, wenn man Live-Bilder aus einem Renntourenwagen in die gute Stube senden wollte? War da mehr Technik drin als alles andere? Ja, das war also ein unglaublicher Verhau von Kabeln und Technik, die mit Expandern am Auto festgemacht waren. Und über uns flog ein Helikopter als Relaisstation das ganze 24-Stunden-Rennen. Ich habe mir das Auto ja nicht nur mit Karl Senne, auch mit dem Eric van der Poel geteilt. Und wir waren sportlich sogar recht gut unterwegs. Auch der Karl Senne hat da einen tollen Job gemacht. Der war für einen Amateurfahrer echt talentiert unterwegs. Und es war eine spannende Geschichte. Wir sind dann leider wegen einem ganz anderen Thema ausgefallen. Und trotzdem unvergessen, nicht nur Karl Senne, sondern auch dieser Einsatz. Da wird es ganz eng zwischen Nico Wittmann im BMW M3 und Markus Reich. Immer wieder blockierende Räder, auch schon mal ein bisschen neben der Piste. Der Markus Reich, der gibt da alles, ne? Ja, 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 ja. Der wird jetzt auch ein paar Vibrationen im Auto haben, weil die Vorderachse hat gerade doch sehr deutlich gestanden. Das merkt man danach dann schon. Das heißt, das hat die Reifen jetzt auch nicht gerade geschont, sondern die sind wahrscheinlich jetzt meereckig. Ja, irgendwann werden die dann würfelförmig. Ja, und trotzdem der Überholversuch jetzt auf der Start- und Zielgeraden beim Anbremsen in diese Rechtshinein Reich, der jetzt mit Überschuss vorbeigeht an Nico Wittmann. Und dahinter gleich Stefan Mücke im überrundenden Opel Calibra. Und haben Sie das Bild jetzt gesehen? Da sind die Jalousien vorne zugegangen bei den Kühleinlässen. Und ich höre, dass Maren Braun in der Boxengasse einen ersten Gesprächspartner für uns hat. Bitteschön. ... die Strecke präsentiert hat mit dem tollen Rundumblick, wie Marc Hessel so schön sagte. Und der Fahrer ist eben auch hier, Michael Schneider. Da steht er natürlich nicht besonders gut gelaunt, denn lieber wärst du jetzt da draußen auf der Strecke, würdest ins Renngeschehen eingreifen. Was ist los? Ja, so wie es aussieht, ist der Motor kaputt. Hat Wasser verloren und soweit es ist heiß geworden, dann haben wir ihn lieber abgestellt, bevor mehr kaputt geht. Okay, du hattest ja bis hierhin schon ein ziemlich aufregendes Rennen. Wir haben da einen Dreher von dir gesehen, mitten auf der Strecke. Das war wahrscheinlich ein scary Moment. Ich habe angefangen, Wasser rauszudrücken und da war es mit Bremsen schlecht dahinten. Dann ist er halt raus und dann habe ich es nochmal versucht, eine Runde, aber es ging leider nichts mehr. Okay, kein Glück heute. Aber für morgen, wie sieht es da aus? Kriegen wir das Auto wieder fit? Wir versuchen es, wir versuchen es zumindestens. Alles klar, viel Erfolg und wieder zurück zu euch. Ja, danke Maren. Keine guten Nachrichten von Michael Schneider und leider auch keine guten Nachrichten für dieses wirklich leitgeprüfte Ringshausen-Team. Motordefekt, großes Fragezeichen über dem Einsatz morgen hier im zweiten Rennen auf dem Hockenheimring. Während dieses Interview mit Maren dort unten in der Boxengasse lief, Marc, habe ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht um den führenden Rudi Schöllhorn. Diese ganzen Überrundungsmanöver, die sehen nicht so ganz einfach aus. Vor allen Dingen, wenn davor Piloten sind wie hier Gerhard Füller und Ronny Scheer, die sich gegenseitig selber bekämpfen. Sieht das nur so kritisch aus oder ist das aus Fahrersicht dann nicht so das ganz große Thema? Ja, man muss natürlich schon, das ist ja wie beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Ich habe sehr, sehr unterschiedliche Leistungsklassen und da muss ich halt schon mit gehöriger Vorsicht an die Überrundung rangehen. Aber bei 12, 13 Sekunden Vorsprung, die er im Moment hat, kann er sich da auch Zeit lassen, das wirklich mit großer Umsicht zu machen. Und mit großer Umsicht ist er jetzt an Ronny Scheer vorbeigegangen und an Gerhard Füller. Ronny Scheer, der hat gerade mal eine unglaubliche schwarze Rauchwolke hinterlassen. Mit dem hattest du ja in Spa-Francorchamps vor vier Wochen das Vergnügen. Das Auto hat 560 PS in etwa, sagt man so. Und gerade in Francorchamps, in den gerade Auspassagen, hat man gesehen, welche Urgewalt dieser Vierzylinder Ford entwickelt. Du hast dich da immer wieder mühen müssen, mit deinen 300 plus minus PS auf einem Level zu fahren. Wie schwierig ist es im Zweikampf mit so einem Ford Sierra? Ja, es ist sich ja da im Regen wirklich gut ausgegangen, weil ich diesen Vorsprung, den er auf der Kämmelgraden bergauf erwirtschaftet hat, auf der restlichen Runde dann wieder einfahren konnte, um dann wieder dran zu sein. Aber es ist natürlich schon in sich frustrierend, wenn auf einer einzigen Geraden drei Sekunden verloren gehen. Absolut richtig. Stefan Mücke, der muss sich hier durch den Verkehr mühen. Da ist es ein paar Mal gerade sehr eng geworden mit den überrundeten BMW 325i aus der Klasse 5. Aber für ihn jetzt auch erst einmal wieder freie Sicht nach vorne und damit auch freie Sicht für die Kameras. Denn ich wollte vorhin, als es hier auf der Strecke hochherging, Ihnen erzählen, dass dieses Auto eine große technische Besonderheit hat. Nämlich die Kühllufteinläufe in der Frontpartie werden geöffnet und geschlossen durch eine automatisch gesteuerte Jalousie. Und damit man das besser sehen kann, wann die öffnet und schließt, hat die an diesem Wochenende auch noch ein paar Sponsorenaufkleber erhalten. Nämlich vom Teampartner BWT. Und jetzt ist es ein Vierkampf der BMW-Piloten, aber auch wirklich nur auf den ersten Blick. Denn auch da eine weitere Überrundung. Moritz Horn an gesamt achter Position mit dem Alpina BMW M3 E30 vorbeigegangen. An seinem eigenen Vater Thorsten Horn, der folgt im jetzt überrundeten BMW 325i. Und dann folgen weitere Piloten aus dieser Klasse, nämlich Peter Zimmermann, Druckereibesitzer mit seinem BMW 325i Gruppe A und der Österreicher Matthäus Rass. Also die fahren ihr Rennen im Rennen und schenken sich da nichts. Vier Minuten und 42 Sekunden vor dem Ablaufen der regulären Renndauer. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen eng für den Thorsten Horn im BMW 325, denn der Peter Zimmermann macht sich jetzt dann doch im Rückspiegel deutlich bemerkbar, Marc. Mit 245 PS hat man ja nicht so ganz viele Möglichkeiten, mal mit einem Tritt auf das Gaspedal sich zu befreien. Was muss der Thorsten Horn jetzt machen, um diese Position zu verteidigen? Naja, ich hoffe mal, dass er mit seinen Reifen ganz gut gewirtschaftet hat, weil so ein 325er, der lässt sich trotz der relativ weniger Leistung erstaunlich schön querfahren. Da muss man sich ein bisschen disziplinieren, aber es sind leichte Autos und agile Autos und die lassen sich erstaunlich gut fahren. Und ja, der Thorsten muss sich jetzt einfach ein bisschen strecken, aber ich glaube, das kann er schaffen. Das kann er schaffen in den verbleibenden dreieinhalb Minuten, da die Sonne noch einmal herauskommt über dem Hockenheimring. Wunderschöne Bilder jetzt an diesem schönen Oktober- oder Herbsttag hier im badischen Motodrom. Da werden die Farben noch einmal richtig zur Geltung kommen in den verbleibenden Rennrunden. Ganz vorne aber Rudi Schöllhorn, der Gesamtführende im Mercedes-Benz. Sein Vorsprung auf Stefan Mücke, 19,310 Sekunden. Auf Rang 3 vorgefahren nach dieser Aufholjagd. Anton Werner im Audi 200 Quattro Turbo. Das wäre dann eine Troika der Automobilmarken auf dem Siegerpodium. Drei verschiedene Hersteller, auch das ein durchaus seltenes Bild. Hier sehen wir noch einmal Markus Reich im Audi A4 STW. Der ist ebenfalls jetzt an dieser Kampfgruppe vorbeigekommen mit den BMW 325ern. Markus Reich liegt an gesamten neunter Position. hat Nico Wittmann im BMW M3 jetzt dann doch ein Stückchen hinter sich lassen können. Und jetzt ist es passiert. Peter Zimmermann vorbei an Thorsten Horn. Also dieser BMW-interne Kampf durchaus unterhaltsam. Da sehen wir Nico Wittmann im Bild. Der überrundet gleich diese beiden BMW 325i-Piloten im Gesamtzehnt platzierten BMW M3 E30 DTM. Das geschieht jetzt möglicherweise schon. Nein, das steckt da zurück. Sowohl Peter Zimmermann als auch Thorsten Horn haben da noch einmal den Vortritt. Jetzt ist es aber soweit beim Herausbeschleunigen aus der engen Haarnadel. Da kann Nico Wittmann zunächst einmal an Thorsten Horn vorbeigehen. Geht da auch kein großes Risiko ein. Möchte dieses bildschöne Auto natürlich unbeschädigt lassen, damit morgen dann sein Vater Herbert Wittmann übernehmen kann. Und dann ist die Familienfeier komplett. Denn der Bruder Marco Wittmann natürlich in der DTM am Start auch morgen hier auf dem Hockenheimring. 19 Piloten sind in dieses Rennen eingestiegen. Einer ausgefallen gleich zu Beginn, nämlich René Ruch. 18 Piloten werden hier noch als klassiert gemeldet. Aber da gibt es zum nächsten dicken Abflug für Markus Reich. Und da wird es verdammt eng für die Nachfolgenden. Das ist Einfahrt-Motodrom. Markus Reich steht still, kann sich da nicht wegbewegen. Gelbe Flaggen geschwenkt. Das bedeutet natürlich, dass die anderen Piloten jetzt gewarnt sind, Marc. Aber das wurde gerade mal verteufelt eng, oder? Das war jetzt schon eng. Und ja, mich wundert auch, dass er nicht loskommt. Steht da natürlich an einer sehr ungünstigen Stelle. Jetzt hoffen wir mal, dass das nicht noch zu einem Abbruch führt. Aber ich glaube, vom Blick aus dem Fenster hat er sich selber befreien können. Also er scheint, ja, er ist jetzt in der Sachskurve. Er hat sich tatsächlich selber wieder befreit. Aber da gibt es natürlich ein anderes Thema. Da liegen jetzt lauter Kieselsteine auf der Straße, die die anderen Piloten möglicherweise auflesen können. Und dass das auch mal zu Motorschäden führt, haben wir in diesem Jahr auch schon miterlebt. Ja, das ist natürlich schon leider der Fall, wenn die Motoren ohne Filter gefahren werden. Auch natürlich Scheiben, Scheinwerfergläser, die, man muss sich das natürlich so vorstellen, so ein Slickreifen, wenn er auf Temperatur ist, der hält einen Stein noch viel länger fest als ein Straßenreifen und schleudert den mit viel höherer Geschwindigkeit auf das nachfolgende Auto. Insofern ist das schon immer ein echtes Problem. Und es wird eng, meine Damen und Herren, im Kampf um den dritten Rang. Bruno Spengler weit, weit herangefahren an Anton Werner, den drittplatzierten im Audi 200 Quattro Turbo, das orangefarbene Auto. Also da ist die Besetzung des Podiums noch nicht final entschieden. Ganz vorne Rudi Schöllhorn im Mercedes-Benz in Führung. Mark Hessel, zeigt mir was an. Was ist da los? Ja, der Anton Werner ist in die Box gefahren. Anton Werner an die Box gekommen. Damit haben wir einen neuen drittplatzierten, nämlich Bruno Spengler. Zehn Jahre nach seinem Meisterstück hier 2012 als DTM-Champion im Schnitzer BMW M-Team. Heute also zumindest ein Podiumsrang für den Franco-Canadier, der für die BMW Classic Group, für BMW Classic Racing an diesem Wochenende an den Start geht im Schnitzer Classic Team. Und auch das wäre eine Troika der Hersteller mit einem Mercedes-Benz, einem Opel und einem BMW-Piloten auf dem Podium. Zwei Runden noch zu fahren, wird ihr jetzt angezeigt. Also die reguläre Renndauer ist abgelaufen. Aber zumindest hier in der Grafik bekommen wir die Information, dass noch zwei Runden zu absolvieren sind. Das trifft natürlich auch auf Rudi Schöllhorn zu, im führenden Mercedes-Benz. Und auf dem zehnten Rang jetzt der designierte neue Meister Olaf Mantei, der möglicherweise den zehnten Rang jetzt gegen einen neunten Platz eintauscht. Anton Werner, der rutscht natürlich jetzt eine Platzierung nach der anderen zurück. Jetzt wieder Zieleinfahrt für Rudi Schöllhorn. Und dann müsste eigentlich die allerletzte Runde beginnen hier auf dem Hockenheimring für den Gesamtführenden. Ja, der hat noch keine schwarz-weiß karierte Flagge gesehen, sondern die letzte Runde läuft im neunten diesjährigen Rennen des DTM Classic Cups. Und die letzte Runde beginnt auch gleich für den Mann, der jetzt in der Sachskurve unterwegs ist. Das ist der Gesamtzweite, Stefan Mücke aus Berlin in seinem Opel Calibra V6 4x4 ITC oder DTM 1995. Die Diva macht möglicherweise ihre erste Renndistanz. Die letzte Runde beginnt für Stefan Mücke, der jetzt in die Start und Zielgerade eingeschwenkt hat, der allerdings ein bisschen Tempo rausgenommen hat in dieser Beschleunigungsphase jetzt. Und ganz eng wird es zwischen Gerhard Füller und Ronny Scheer beim Einbiegen in die Start- und Zielgeraden. Das kann dem Bruno Spengler aber egal sein, den sehen Sie hier im Bild. Der ist jetzt auf dem Weg zu einem relativ sicheren dritten Gesamtrang. Da passierte Albrecht Kamenzin im BMW 325i. Völlig problemloses Manöver zwischen diesen beiden Markenkollegen. Und das sieht jetzt alles nach einer richtig schönen Galavorstellung aus. 50 Jahre M ist ja das Thema in diesem Jahr, Marc. Und es ist, glaube ich, auch ein Thema, das dich besonders interessiert. Ja, das ist natürlich toll, dass wir die Chance haben, die Klassik-Autos auch anlässlich 50 Jahre M zu sehen. Wir sind ja auch sehr viel für die BMW M mit der M-Drive Tour unterwegs. Und immer wieder mit dem Thema Vergangenheit und Zukunft konfrontiert. Und man versucht das hervorragend auf die Zukunft auch umzusetzen. Vergangenheit und Zukunft auch jetzt hier auf dem Hockenheim-Ring. Der letzte Doppelrechtsbogen für den Gesamtführenden, der eigentlich nur ein Gastspiel geben wollte und hier gleich Spielsatz und Sieg einfährt. Rudi Schöllhorn, Mercedes-Sieg im DTM-Klassik-Cup. Da ist die schwarz-weiß karierte Flagge für den Sieger, für den Mann aus Bad Furzach. Und da wird es jetzt gleich einen großen, großen Jubelsturm geben bei Rudi Zechetmeier und seiner Race-Art-Mannschaft. Das ist also der Gesamtsieger. Wir warten noch auf den gesamten zweiten Stefan Mücke im Opel Calibra. Und dann hat Maren Braun einen weiteren Gesprächspartner unten in der Boxenreihe, nämlich den kurz vor Schluss ausgefallenen Anton Werner, der da möglicherweise über sein Wohl und Wehe mit diesem Audi 200 Quadro Turbo zu berichten hat. Mücke jetzt aber in der Einfahrt in die Start- und Zielgerade. Die Diva hat es geschafft. Eines widerspenstigen Zähmung heißt das Motto dieses Rennen heute hier am Nachmittag. Und einer steht und der ist alles andere als gezähmt, aber widerspenstig. Nämlich Ronny Scheer mit seinem Ford Sierra RS 500 Corsforce. Der war schon wieder auf den sechsten Rang nach vorne gefahren. Alles das analysieren wir gleich weiter. Jetzt erst mal zu Maren Braun mit Anton Werner. Bitte schön. Ja, ich denke, wir sollten wenigstens noch mal zu Wort kommen lassen. Den Mann, der jetzt eben noch kurz vor Schluss seinen dritten Rang hergeben musste und stattdessen hier in der Boxengasse gestrandet ist, Anton, was war los? Ja, ich habe vor drei Runden die Servo-Unterstützung verloren. Ich habe versucht, drei Runden ohne Servolenkung zu fahren, aber bei diesem schweren Schiff, ich hatte einfach nicht mehr gekonnt. Und ich konnte fast keine Kurve mehr fahren und es wurde immer schwieriger. Und ich bin total fertig, ohne Servolenkung so ein Auto zu fahren. Und ich habe es einfach aufgeben müssen. Ich denke, keine Schande, denn das ist harte Arbeit, die ihr da machen müsst in diesen Cockpits. Aber bis dahin ein wirklich tolles Rennen. So far, also abgesehen vom Ergebnis, trotzdem einigermaßen happy mit den Eindrücken heute da draußen? Ja, das macht Spaß, so einige zu überholen. Man hat immer so einen Kampf. Das ist vielleicht sogar schöner, als wir vorne wegfahren. Also er strahlt immer noch, das ist doch toll zu sehen. Und wie gesagt, Hut ab vor der Leistung, die hier in diesen Cockpits erbracht wird. Danke, Maren. Und ich muss eines sagen, auch wenn es mir für den Anton Werner furchtbar leidtut, dass er ausgefallen ist. Aber ich habe selten so einen sympathischen Ausfallgrund gehört. Drei Runden ohne Servo gefahren, platt wie eine Flunder, keine Kondition mehr. Ist dir das auch schon mal passiert, Marc? Ja, ja, also kann ich durchaus nachvollziehen. Also bei uns in unserem Auto haben wir keine Servolenkung, aber es ist natürlich ein bisschen kleiner und agiler. Aber ich habe auch schon mal so 6,35er ohne Servolenkung fahren dürfen. Das ist schon ein mittleres Bodybuilding-Studio. Ein mittleres Bodybuilding-Studio. Und damit schauen wir mal hinein in die Top 10 bei diesem neunten Lauf des DTM Classic Cups. Rudi Schöllhorn gewinnt dieses Rennen mit einem Vorsprung von 36,598 Sekunden vor Stefan Mücke, der zum ersten Mal im Opel Calibra über die volle Distanz geht auf dem zweiten Gesamtrang. Rang 3 für Bruno Spengler im BMW 320i aus dem Schnitzer Classic Team. Da wird es großen Jubel auch im Schwarzwald geben, nämlich in Schildtag. Dort sind Steffen und Jannik Trautwein zu Hause. Rang 4 für den Teamkollegen des Schnitzer Classic Teams, nämlich für den Dänen Chris Nissen, der seit zehn Jahren in der Schweiz lebt. Deshalb auch eine Schweizer Flagge in der Grafik. Rang 5 Gerhard Füller im Opel Vectra STW. Und Marc, du hast die Ehre, die nächsten Plätze 6 bis 10, bitteschön. Ja, auf Platz sechs, das freut mich ganz besonders, ist der Moritz Horn, mein Teamkollege mit seinem wunderschönen Alpiner. Dann Nico Wittmann, auch ein tolles Ergebnis, direkt dahinter auf sieben. Auf acht dann Ronny Scheer, der ja kurz vor Schluss auch noch stehen geblieben ist, also leider ein bisschen unter Wert geschlagen. Und dann der Herr Reich mit seinem Audi, der ja auch für ganz viel Kurzweil während des Rennens gesorgt hat. Und auf zehn dann Olaf Manthei, der, wie es ja aussieht, der neue Meister ist. Ja, und eigentlich können wir jetzt sagen, vor allen Dingen so aus deiner Sicht mit eurer Bonner Geschichte, Applaus für den neuen Meister, Olaf Manthei. Ja, auf jeden Fall, wohlverdient und absolut würdiger Meister, finde ich eine ganz tolle Geschichte mit einem wunderschönen Auto auch. Also insofern, das passt und ich hoffe, dass das eine gute Botschaft für die Serie ist. So, meine Damen und Herren, wir lassen mal ganz kurz die Siegerehrung auf Sie wirken. Da kommen die erfolgreichen Piloten aus den Fahrzeugen gestiegen. Das da in der Mitte, Rudi Schöllhorn. Vierter Einsatz mit dem Auto und gleich so ein großer Gesamtsieg im Rahmen der DTM auf dem Hockenheimring. Hätte er sich auch nicht träumen lassen. Musik 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Und ich habe gesehen, du bist nicht der Einzige, der hier Champagner abgekriegt hat. Deinen Teamchef hast du auch mal gleich ordentlich mit involviert in die Siegesparty. Wie happy bist du? Ich meine, du warst jetzt ein paar Mal hier Gaststarter dieses Jahr und jedes Mal auf dem Podium. Noris Ring zuletzt. Ja, zweitemal Gaststarter. Erstmal, wenn man einen Anruf bekommt von BMW und BMW Klassik, dass man die Chance hat, wieder dieses wunderschönen Autos von den 90ern zu fahren. Dann sagt man sofort ja und war ich sehr zufrieden, wieder hier dabei zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal und am Ende Dritter. Ich hätte nie gedacht, weil uns fehlt 200 PS im Vergleich zu manchen. Ist ja eine andere Klasse, aber Gesamtdritter ist ja sensationell für alle Leute, fürs Team und für Schnitzer Klassik. Ist mega. Auf jeden Fall. Der Anton Werner, der vorher auf Platz 3 war, der ist ja hier in der Boxengasse gestrandet. Meinst du, es wäre auch so ein Kraut gewachsen gewesen? Gegen ihn hättest du ihn auch so erwischt oder war da jetzt auch ein bisschen Glück im Spiel? Ich glaube nicht. Er war auf der Gerade einfach viel zu schnell. Er hat ein bisschen aufgeholt am Ende. Ja, das haben wir gesehen. Aber er war auf der Gerade viel zu schnell. Also ich hätte viel riskieren müssen, ihn zu überholen und er hätte mich wahrscheinlich wieder überholt. Auf der Gerade so ohne sein Problem. Ich wäre wahrscheinlich Vierter, was auch sehr gut gewesen wäre. Okay, aber jetzt bist du Dritter. Das ist noch besser. Wir freuen uns mit dir und sehen uns ja morgen nochmal wieder. Schön, dass du da bist, Bruno. Glückwunsch. Alles klar. Also ich habe es gerade schon gesagt. Morgen haben wir ja nochmal ein Rennen zur DTM Classic. Das letzte dann diese Saison. Freuen wir uns drauf und vorher ja sowieso noch ganz viel Action. Ein spannender Renntag wartet auf uns morgen und ich freue mich schon auf einen Wiedersehen. Ich hoffe ihr auch. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, ja. Und morgen geht es dann kurz nach neun weiter mit dem Qualifying und dann sind wir für Sie wieder live auf Sendung. Nehmen Sie sich nichts vor zur besten Frühstückszeit und bis morgen früh bin noch ich. Ihr und euer Carsten Krome und ich bin raus. Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.